Wir haben es ja über alle 100 Prozent. Ah ne, ich wollte gerade sagen, musst du, ach ne, ja. Du musst da oben hoch, genau. Warte. Danke fürs das Haugenlassen. Ey. Ey, vor allem wie du guckst auch mit diesen Mobs. Ja, ist zu geil das. Okay, hier ist nichts mehr. Oh, man kann in der Luft nicht lenken, wenn man vorher auf Eis... LOL! Spawnfall ist da. Äh. Komm, nach links werfen einmal. Das reicht nicht, oder? Doch, doch reicht. Ah, du bist... Ah, okay. Das ist nur für den anderen. Ja, hab ich jetzt auch gesehen. Danke fürs Schieben. Das ist hier gerade da oben. Na ja, pass auf, da ist Böllard. Ich muss nicht mit hoch. Ich muss ihn eigentlich nur tönen. Ich will aber das Volk schon einsammeln. Das hol' ich schon. Arsch. Ja, aber dann krieg ich das. Oh, warte, 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 warte. Aha! Ja, Mann, ich hab die Augen, ey. Goodbye. Sei froh, dass ich da noch runtergejumpt bin. Du hast mich im Sprung blockiert. Du warst da über mir. Ja, klar. Ich wollte... Ich hab den schon geredet. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Alles Ausreden, Alter. Alles Ausreden. Ja, total. Oh, Alter. Ohne, der Kommentator geht mir jetzt schon auf den Sack, ey. Hä? Der Kommentator. So viel redet der bei mir gar nicht? Ja, ja, Horrible Place. Horrible Place. Ohne, bin ich irgendwo durch, ne? Okay, got it. Jo. Was geht das los mit diesen Ding... Ups. Was geht das los mit diesen Beam-Dingern? Jep. Das Volk. Oh, das ist nichts mehr. Aber er kann ja nicht sterben, irgendwie, ne? Nee, die... Katzen. Die backen bei mir... Übelste Sorten rum. Wenn ich... Oh. Wenn ich denen so'n... So'n... Wenn ich denen so'n Feuerball gebe. Nice, ne? Das war gut, Nitschke. Das war noch besser. Okay, that was pretty funny. Hehehehe. Danke. Hä? Muss man... Oder muss man da so hoch? Ne, so hoch kommt man dann auch nicht hoch. Ne, aber es ist hier, deswegen. Nichts. Warte. Warte. Jetzt. Oh. Es geht doch. Boot, please. Danke. was bist du denn er hat ja hier ist doch noch was oder nicht das hat gerade so geleuchtet ist das vielleicht das zeichen dass wir alle haben das kann sein ja sehen wir jetzt wolkennein hatten wir auch schon weil du hast das eben auch gesehen dass das auf einmal so grün um uns geleuchtet hat ja ich weiß nicht ob das bei jedem diamant kommt deswegen oh ne wir haben alle ok müssen wir gleich mal drauf warten wenn wir einen einsammeln ob das da auch schon kommt aber du kannst unten bleiben ja ich wohl gerade sagen kann man denn da ist das blödchen feuerball war nicht die beste kombi moment warum die oben wollen einfach so wir sind einfach so er muss da unten durch rein einfach das dachte ich mir auch gerade hier oben ist was wie komme ich jetzt wieder zurück da war noch mehr da waren sogar zwei also wäre man auch von mir gekommen na ok haben grün geleuchtet wir haben alle wir haben wir nicht ah ok wenn es so heftig grün leuchtet dann haben wir alle ok alles klar grün leuchtet dann haben wir uns heftig grün leuchtet dann und dann werde ich gebraten es ist voll schwer wenn man auf dem eis landet alter tödlicher ich habe gerade eine schiefer gekriegt tödlicher darsteller ich muss ziehen erstmal von einem schiff ausschlagen lassen Uah, ey. So, die, machen was. Man, man, wenn eine angefackelt ist und die einen berühren, fuckern die alle anderen auch. Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, ah. Oh, oh. Pfft. Not even close. Ah, ich muss sie wieder abholen. Ja, ich sehe das gerade. Ich bin wieder im Boot gelandet, zuge. Oh! Scheiße, ich hätte die andere Seite nehmen sollen. Hä, wieso bin ich hier oben? Hä? Ich hab's angesammelt. Hä? Ja, das ist so... Du kannst jetzt so diesen Hut einsammeln. Den darfst du jetzt aber nicht verlieren. Alle benutze ich schon mal nicht meine... Ja, geh rein, geh rein, wir haben alle. Das gibt Boni, der Hut. Uh! Wenn du den einmal verlierst, dann... Ist er weg. Hm, genau. Aber wir haben ihn. Easy! So, jetzt könnten wir entweder zum Boss ist das, glaube ich, ne? Ja, das ist so'n... Das ist so'n Level auf Zeit. Oder hier? Ich würde erstmal, genau. Die drei. Ich würde erstmal die nehmen. Ja, lass die noch machen. Die sind auf Zeit. Die, das sind, glaube ich, alles... Ja, das sind alles Zeitlevel jetzt. Der Boss ist, glaube ich... Ja, der Boss ist wahrscheinlich auch noch auf Zeit. Okay. Okay. Ich bring das an. Bitte? Okay, da schon mal nicht. Ah ja. Äh... Das nochmal? Hui! Gut. Und du musst jetzt hier rüber, genau? Nein! 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 Geh nicht! Warte, Ani! Damit ich zu dir zurückkomme. Um dich rüber zu... Ne, hä? Warte mal. Kannst du den Diamanten hier holen? Wie komme ich da jetzt rüber? Wie komme ich da jetzt rüber? Das ist ne gute Frage. Alter, sind wir schlecht. Ja, weil wir die erste Dings nicht... Weil wir das erste Dings nicht geschafft haben, ne? Alter! Nochmal. Nochmal! So warm hier, ey. So. Oh nein, warte. Erst mich rüber... Erst mich rüber schmeißen, genau. Du musst erst ganz spät den Doppelsprung zweimal machen. Kannst zweimal springen noch, ne? Genau. Genau, holen wir den rechts in dir. Muss runter. Hängt. Genau. Der hab ich da. Ui! Halbestein. What? Dann rüber ich mich nochmal. Nein! Habt ihr einen Checkpoint? Jo, ich bin gleich noch. Ich frage, wie das hier workt. Jetzt rüber wäre. Ja, genau. Ah, jetzt kannst du... Scheiß, schau mal. Aber du hast den Dings hier oben. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich da grad... Wieso die Plattform grad nicht weiter war. Hast du rüber helfen? Ja. Ja. Komm ich... Komm ich da hoch, ja? Und jetzt? Du musst... hochziehen. Leu! Was? Boah. Oh, das war... Oh! 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 Ja, wir haben alles. Komm her! Oh! Da muss nur einer beenden. Oh! Das war ein anstrengendes Level, Alter! Hatten wir alles? Hatten wir alles? Ja. Sich verbeugen, Achievement, alles klar. Sogar die Zeit! Ja, das hab ich auch. Nein! Easy! He's a going! Ja, die sind schon etwas anspruchsvoller. Die sind... Jo! 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 Okay, äh... Ach, nur runterlaufen und dann double jumpen, ne? Okay, oder so. Aua! Game. Theater. Ernst du? Ja, ich würde das wohl können. Du mal. Ja, mach ich gleich. Hä, wo geht das weiter? Oh, lol. Das ist fies. Ja, die Position gewechselt. Da liegt ein Klos. Warte. Warte. Nochmal. Noo. Äh... Come on! Come on! Come on! Okay. Nee, hä? Ach, werfen! Rock on, my little naked friend! Ach so! Zack! Oh, warte! Hab ihn! Ich hasse diese... Ich komm nicht hoch! Oh, mein Gott! 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 Hm! Puh! Das war! Nett! Easy! Easy ist gern noch mal live! You're making me giddy! Oh, Alter! Wir sind schon... Mains, ey! Wir sind schon Mains! Was denn? Nee, ich hab grad ne... Ne... What's up? Okay.